Am Dienstagabend startete bei RTL die neue Staffel Sommerhaus der Stars. Mit dabei Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura. Und für den Schlagerstar scheint es dort nur ein Thema zu geben, Sex. Kaum angekommen spricht der 47-Jährige seine neue Zimmernachbarin Kate Melan darauf an. Meint ihr, ihr könnt zwei Wochen lang die Finger von euch lassen? Unser Plan war ja eigentlich, auf die Toilette zu gehen. Bei all den Kameras ist Sex im Sommerhaus gar kein leichtes Unterfangen. Doch der Wendler gibt die Hoffnung nicht auf. Wir hoffen, dass es zum Sex kommt. Also ich hoffe. Mal gucken, was passiert. Es liegt nicht an mir. Ich kann immer. Also es könnte durchaus sein, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte des Sommerhauses Sex im Haus gibt. Später gibt es dann weitere Details zum Liebesleben des Paares. Beim ersten Spiel müssen Wendler und Laura eine Frage zur Sexdauer beantworten. 15 Minuten Sex seien schon ganz schön lang, erklärt der Schlagersänger. Wir machen ja fünfmal hintereinander, also sind ja die 15 Minuten bei uns ganz anders ausgerechnet. Du bist damit zufrieden, stimmt's? Die 18-Jährige antwortet brav, ja, ich bin mit seiner Ausdauer zufrieden. Schon in der ersten Folge erfahren wir also viel mehr, als uns lieb ist. Und wie das wohl weitergehen wird? . . . Bis zum nächsten Mal.